Musik 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 Wir singen dich! Nein! Wo sind die Leute, die singen? Erschieß sie! Wo ist Juli? Juli, Juli, hast dir das nicht gefallen? Zieh es durch, zieh es durch Juli Ich teria激, T-T-T-T-T T-T-T-T! Remix Har moderation Klick Jetzt wird die H Tea auf mich geschossen Das war doch die H4 رفen hat runtergeschossen wie soll ich denn unterschossen Ich stand neben dir, du Pfeife Ich habe es genau gesehen Ich habe es vor Details Und womit? Ich zeig euch gerne meine Waffen. Mit der Lee Enfield. Ja, echt? Ja, hier. Ja. Liegt auf dem Boden. Fehlt ein Schuss. Ja, mir fehlt 50 Leben, ey. Jetzt hat es keine Waffe mehr, Leute. Fehlt ihn. Fehlt ihn. Komm, schubst ihn runter, ey. Guten Tag. Er hat ne neue Waffe auf einmal und er muss eine gekauft haben. Das ist die Winchester, die habe ich gerade runtergebracht. Lass dich doch mal auf die Waffe machen. Lass dich doch nicht greifen. Kunran, SSR, Julia, er hat umgebracht. Ich habe alles geobachtet aus dem Stall. Ich wollte ihn nicht entspannen. Ich hab eigentlich den Faschel gerufen worden. Ich wollte nur Julia auf den Arsch geiern und dann kam Kunran. Wer hat denn jetzt hier Julia umgebracht? Ja, Kunran habe ich doch gesagt. Ich geh aus dem Weg. Ich brauch die Credits. Ich hab auch schon mal. Ich hab noch zwei Credits. Boom! Ist kein High Noon, Leute. Denn jetzt ist der Weg umgefallen. Der kommt aber wieder. Der kurze Fixer kann man da mal so hingehen. Instant Interruptor. Ja. Vor den Tor. Ich hab kein High Noon gesehen hier. Das war ein guter Winkel. Das hätte was geben können, wenn er nicht nach oben guckt. Oh! Ich war davon abgesehen, dass mein Disguiser einfach nicht funktioniert hat. Hey! Lass dich halt schlagen. Dann wird endlich was singen. Wie normale Menschen. Weil es nicht wahr ist. Aber ich hatte schon die Befürchtung, dass ich aufgeflogen bin, weil ich halt meinen Disguiser aktiviert habe. Der aber nichts getan hat. Weil du mich geschossen hast. Nein, ich war oben auf der Mauer und hab runtergeschossen. Du musst ihn doch danach noch aktivieren auf C oder so. Mit der N. Mit der N. Mit der N. Jolie! Jolie! Jolie ist vorbei. Ich bring sie wieder um. Ich bring sie wieder um. Ich bring sie wieder um. Ich komm in mein Herz und singen. Und dann singen wir. Ich muss den Disguiser, glaube ich, aktivieren mit C und dann irgendwie ein Menü aussehen. Au! Ist halt langweilig. Da! Ist das so wie bei den Sternensängern? Wie? Ich bin mit Tautau. Den Sternensänger finde ich cool. Wir drücken an die Wand stellen, Jolie. Die ist uns gemandelt. Ja, und dann? Was schießt dich? Da rennt Konrad wieder. Gleich kommt er wieder. Vorsicht, Tautau. Kriegst die Tür nicht auf, oder was? Ey, 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 was soll die Kack? Warum kommt sie doch schon ganz auf mich zu? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Hast Problem. Du kannst nicht auf mich geschossen. Äh, Jolie! Ich werde direkt angeschossen. Ach, Jolie! Ja, du willst mich doch verhindern, du! Da, Leute, hab ich mich auf mich geschossen. Weil du zuerst geschossen hast. Ich hab dich aber nicht erschossen. Ich war bei Tautau. Er lebt auch. Ja. Wieso hat er denn aufzureden? Hallo. Tut er dich. Ich glaube, die Folge wird wieder Kommentare kriegen. Ich hab so schön gesungen. Hallo. Wie ne, Tautau. Tautau, Tautau. Tautau, Tautau. Ich hab nur noch 7,50. Ach, du hast dich doch nicht angelegt, ey. Ich hab auch nicht auf dich geschossen. Ja, aber du hast geschossen. Ich hab auch Friends geschossen. Ja, genau, dafür wirst du geschossen. Haha, jetzt kommt sie raus. Winter is coming. Alter, ich hab drei Meter neben dir geschossen. Bitte. Ja, das steht nicht an deiner Kugel. Randy, du Abschluss. Jule Winter schmeißt dir. Bitte. Ich glaub, der Juli. Der Juli ist weit zum Abschluss. Ich hör leider nix. Ja, ist egal. Ich sag, Winter ist schon da. Ajo. Ist das bei dir? Na, kennt der Rente. Ist Juli jetzt tot? In Game of Friends. Keine Ahnung. Rents frei zum Abschluss. Wieso sagst du das? Ich muss keine Däte. Weil er zwei Leute abgeschossen hat. Ich hab ihn angeschossen nochmal. Okay, Rents. Ah, abgeschossen. Ich bin der Wolle. Ja und Juli, aber... Das... Keine. Die ist glaub ich schon tot, Alter. Och, Mann. Keiner, ey. Jeder stirbt da drin. Ja, weil ich ein Monster bin, Alter. Man nennt mich aus der Berge, Junge, Alter. Weil du Monster bist, ey. Bist hier... Der Mayas... Der Mayas bist da drin, ey. Dann ist auch... Zumindest genauso weiß, Alter. Shit. So weiß wie Mayas Gesicht. Verschreck dich nicht. So weiß wie... Wie fast geschossen. Bin ich eigentlich der Einzige? Was ist eigentlich mit meinen Collagen? Wo ist Juli? Genau. Juli, doch geht jetzt ja auch schnell. Ach, sie fällt. Juli, bist du immer noch in dem einen Raum? Das ist eine Frechheit. Oh. Entschuldigung. Ich komm wieder. Ja. Leider. Keine Frage. Oder auch nicht. Ja, sonst weiß ich immer nicht. Was hab ich denn jetzt hier? Das da. Das ist gut. Vortreibst du dich raus? Ja, den Vortrag ist klar. Der Vortrag soll erfüllen, Juli. Das ist dein Soll erfüllt, Juli. Das ist dein Soll erfüllt, Juli. Das ist dein Soll erfüllt, Juli. Yes! Juhi. 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 Und dann kommt der Tod. Da laufen drei Leute in den Scheiß-Turmrein. Vor allem steht Julie einfach die ganze Runde in einem Raum, nur am Ende, wo alle tot sind, kommt sie da raus. Ich habe gewartet, dass jemand Maxi recht und sagt ihm niemand recht. Tut mir leid, Maxi. Niemand kam. Niemand kam. Bei dir kein Wunder, Julie. Totter ist ein Traitor. Na, ich habe mein Traitor-Past-Zirka. Nein, das ist so nicht ganz richtig. So meint ich es eigentlich nicht. So ungefähr klang das. Nee, eigentlich dich. Ja. Der war mal gut. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Scheiße. Schick dir Tape-Tapes. Xe-Tapes. Nils, dreh mal wieder am Rad hier. Bring mich nach oben. Toll, wer dreht? Ja, drückt doch mal hier. Ja, das ist so gar nicht. Nein, ich will raus. Ich halte dich auch für euch. Übrigens, du hast eine Sword auf. Ja, ich habe ja nicht vorzustellen. Du solltest ja drehen. Nein. Oh nein. Tschüss, tschau, tschau. Oh, da ist einer auf unseren Lift gefahren. Ja, ich glaube auch. Ja, der ist daneben irgendwo aufgeklatscht. So, jetzt haben wir Übergewicht. Wegen der Leiche auf dem Lift. Ja, warte, wir können ja jemanden. Nee, die Leiche wurde ja niemanden. Keine Angst. Wir müssen ihn loswerden. Oh, fuck, da, du ist es. Die oben kommt ran. Ja. Machst du irgendwie hier, Crane? Sieht, Alex, es regnet, Leute. Da kam eine Leiche. Da regnet Leichen, Crane. Die muss auch in den Leichenraum. Ach, du hast denn schon einen Leichenraum eingebaut? Oh, was ist das jetzt? Bringst du jetzt da? Nein, brah. Du, Frau, ich bin zu tun. Ey, gewinnt. Gut, okay. Seien gelandet. Ey, ich hoffe zu schießen da oben. Auf dem Dach. Da liegt noch einer. Bitte werde ich nicht zerquetscht. Jemand schießt hier. Grunde auch sagt, auf dem Dach irgendwo. Ja, also die Leiche. Das ist Tauta, der da hinten liegt. Da ist schon, aber wo ist denn? Amaru, hallo. Ja. Geh weg. Der ist da oben. Sicher machen. Oh, oh. Die Necke. Das war zeitlich ganz knapp, dass wir da überlebt haben. Also, im Lift haben wir nicht überlebt. Mit der Brandgranat. Ich hab ne Plasma auf Juli. Bei Juli in letzter Sekunde, glaube ich noch, ich glaube, ich hab Juli in letzter Sekunde zu dir rüber geschossen, mit der schon gerne. Das hier auf deiner Seite. Das hier auf deiner Seite droht. Oh mein Gott, das ist hart auf. Reinet euch drum, wie um den Keks. Um welchen Keks? Den vom Keks mixen. Die Folge kommt ja nach der LAN-Party. Warum geht ihr von der LAN-Party? Oh Gott. Oh shit. Ich kann doch nicht mit. Ich glaube auch. Nämlich, das werde ich direkt Maxi. Maxi noch? Ja. Schade. Es ging um den Kackwurst-Keks. Ach Juli, halt einfach mal den Mund. Das Niveau war schon vorher ganz unten am Boden. Und du tust noch mal drauf. Nicht wegen mir, du. Nils vertritt es einfach nicht. Ja, Nils will es doch heimlich auch. Nils, ich bin safe. Justice ain't gonna dispense itself. Nils, ich bin safe. Ey, sowas von raus. Los, schnell hier rein. Das hat Draw gesagt. Aber es sind echt viele gestorben. Hat sich irgendjemand getötet? Ja, ich glaube drei Leute sogar. Ja, selber schuld. Ich habe hier die Tür aufgemacht und gesagt, komm hier mit rein. Aber er wollte nicht hören. Warte mal, bin ich Alarm? Nee, nee, ich lebe noch. Ich bin auch ohne. Ich lebe auch noch. Kommst du ja wieder raus aus den Ecken. Ich bremse die beiden. Ich dachte gerade hier am Ende. Ey, komm gerade hin. Wundran ist rechts am Turm. Wundran oder Granz, wo bin ich? Nee, Granz ist gerade gestorben. Also, Darf ich so, Max? Oh, sorry. Natürlich bin ich das. Ah, jetzt ist er tot. Moment, du warst hier auch noch irgendwo. Oh, oh Gott. Mann, ich treffe von X. Doch, du hast mich getroffen. Einmal. Ja, das reicht. Nee, du bist ja doch tot, nicht tot. Einmal verziehen wir dich nicht länger. Gehst du jetzt wieder auf? Ich habe noch einen Versuch. Wo hast du den Versuch? Bist du oben, bist du unten? Nee, ich bin unten. Immerhin. vorhin. ich weiß nicht. Der hat sich in der Luft gedrückt, als ich schon in der Luft war. Ja, ja. Warum war ich noch? Ich habe die Erfahrung jetzt schon gehabt, wie du sagst, ich habe zuerst schon oben gedruckt und dann bin ich erst runtergesprungen. nein wir dürfen nicht singen verbrennen euch alle ich bin lieb ist genauso lieb wie Cersei, weißt du das? also nutzt du deinen eigenen Bruder? hey am ende wurde sie sympathisch ein bisschen was? was? in welcher stoffel ey der tot? er ist auch klatscht ja er liegt hier glaube ich bei ja hier hier gibt es keine, keine Stoffe die Frage ist ob der Flopper das blockiert dann hatten wir da eigentlich oh da du hängst im Eis im ewigen Eis wo hat da hingehängt? da hängt da du ja da können es da ist ein Sider-Sniper unterwegs das Burmel hängt hier rum ey am besten wie da oben aber mal da aus der Richtung wo Nils kam Winter ist Carmen aber hier wurde gelüften nein nein sie Mcfly brennt voll lustig ich glaube ich muss mal wieder lüften entschuldigung dass ich dir keinen Spaß mehr haben darf bei TTT du die musst lüften entschuldigung angenommen ja hier wenn man raus geht kann man doch erfrieren headcrab headcrab dann ist es grans das ist grans oh shit du hast es auch nicht passiert hat mein versprechen gehalten das ging schnell Häh? ja da war der der die Freizeit ja ey war keiner da ich war nie ganz schlafen gewesen ich dachte ja auch ich hab das so gehört oh schnell das ist nächster Hohenre zum nächsten Mal Leute Ciao Ciao